So, moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare und mit meinem Karabiner bin ich wieder unterwegs, den ich noch auf Gold spielen möchte. Bam! Bam! Yes! So, auf zu A. Oh, shit. Wo ist da hin? Naja, ist mal zu A. Zack! Zack, zack! Vergessen nachzuladen! Scheiße! Scheiße! Was macht der? Zack! Oh, hier reiße ich den Arsch auf bis zum Anschlag, Junge! Scheiße! Mist! Dann gehe ich mal zu C. Granada raus. So, komm! Au, au! Wo war das? Oh, Hitmarker. Da war noch einer bei C. Boah! Von hinten! Aber jetzt... Die Jungs sind bei Alpha. Schieß, 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 schieß! Zu spät. Manchmal bin ich zu zögerlich. Sniper! Ui! Oh, ah, schon wieder weg. Manchmal bin ich zu zögerlich und soll da einfach schießen. Einfach ohne nachzudenken. Wenn du anfängst zu denken, dann bist du tot, Mann. Ja, los. Okay, an den Bravo eigentlich wird zu... Mann! Mann! Achso, A ist auch noch unser. Bravo finde ich aber blöd. Bertha finde ich besser, wie in Battlefield. Bertha, Junge! Nehmt die dicke Bertha ein! Au! Au! Schrotflinken, Johnny! Schon wieder Bravo. Wo? Wo? Da! Jetzt! Der aggressive Mann gewinnt das Spiel. Gefahrstoffgebäude! Da, bei C. Da will ich hin... Da ist das Gefahrstoffgebäude. Ist hier jemand? Nein? Sieht nicht so aus. Keine Sau da. Oh, hinter mir! Gib, gib! Sehr schön. Haha. Nein! Wie konnte ich diese Mine übersehen? So ärgerlich. Da, Sniper! Äh, Camper! Boah! 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 Wo kam das? Oh nein! Ich hasse dieses Scheißspiel. Man braucht sich nicht wundern, dass es hier von Camperärschen nur so wimmelt, wenn's... wenn's den Leuten so einfach gemacht wird, hier zu campen. Gerade hier bei P. Gerade bei B. Wollte ich sagen. Bietet sich's doch an. Rechts und links aus den Fenstern rauscampen. Sich schön einigeln. Wo kam der her? Er ist in seinem Wartehäuschen geblieben. Dann könnte er jetzt noch leben. Mine? Die sind euch geguckt. Die Mine da liegt. Na, wenigstens hab ich 10 noch eingenommen. 200 EP. Da sag ich nicht nein. Oh. Wollte ich ja. Ich wollte ja mein Team bei Charlie unterstützen. Leider wurde ich weggebombt. Sie führen mit einem Punkt Granate raus. Bertha, ey, bravo! Oh! Zack! Noch einer? Oh! Wo kam das her? Wo kam das her? Bam! Da war noch einer. Komm, da! Ja! Schön! Es ist mir so eine... Oh, Wilson! Nein! Es war mir so eine Genugtuung, dieses Camper-Arsch da oben rauszuschießen. So. Warte. Ah! Wird eingenommen. Los geht's! Oh, Wilson! Da ist er wieder! Friss das! Friss das! Nein! Da sind wir her! Nein! Lauf! Na! Uh! Glück gehabt! Zack! Komm! Zack! Ja! Kann doch nicht sein, dass ich mit meinem Karabiner die Rangliste an unserer Gruppe anführe. Was ist los mit euch, Jungs? Oh! Sie führen... Sie führen extrem. 27... Kanade! Mit 27 Punkten! Oh! Au! Glück gehabt! Da! Na ja, was will man machen? Bravo gehört uns! Oh! Da ist einer draufgegangen. Von uns! Sehr schön! Hehehehe! Bam! Bam! Da! Da! Wie er sich eingeigelt hat! Überall! Steht das Zeug! Ich geh da jetzt nicht hoch! Da fliegt mir alles um die Ohren und ich hinterher! Kumpel! Ja! Nein! Kumpel! Komm! Geh mal da hoch! Guck mal! Oh! Oh! Scheiße! Mist! Und da steht noch mehr! Wenn ich die kaputt schieße, fliege ich auch wieder in die Luft! Geh ich nicht hoch! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Der war schon tot! Da! Komm hier! Zack! Wir haben Bravo verloren! Ja, ich weiß! Wenn es bekämpft wird, dann ist die Drohne! Von rechts und von links! Da! Schön! Saß er immer noch dort oder schon wieder? Nein! Sie führen! Mit 10 Punkten! Wie konnte das passieren? Komm! Holt euch Charlie zurück! Ja! Von mir! Ich seh's! So! Komm! Wo ist der hin? Dann knall ich ab! Da! Was war mit... Was war los mit mir? Alter! Warum hab ich so lange gewartet? Säubern! Komm! Bravo säubern! Wir haben Charlie verloren! Mann! Dann bleib ich eben hier! Ja! Ich komm mit! Ich sichere auch Charlie! Zu spät! Der Weg war umsonst! Feind am Restaurant! Da! Bam! Hitmarker! Scheiße! Nein! Ach so! Der hat von drinnen geschossen! Ich dachte es war von rechts! Ich dachte er kam hinten um die Ecke! Am Haus vorbei! Aber nein! Er saß drinnen! Verbündete Vorräte unterwegs! Wir sind bei Alpha! Gebt uns erschrocken! Hier aus dieser Tür hat er geschossen! Da sitzt er noch! Schön! Jetzt bin ich bei A! Da war doch einer! Gebt! 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 Wie er auch... Wie er auch rumgesprungen ist! Wie ein junges Reh! Alter! Dieses gespringe! Wir sind doch hier nicht bei Fortnite! Da war doch... Ich wollte die Tür eigentlich aufmachen weiter! Wo ist er hin? Oh! Bam! Zack! Yes! Ui! Oh von hinten! Von hinten! Komm! Komm! Zeig dich! Es kommen wie die Scheißhausfliegen aus allen Löchern gekrochen! B! Da ist er! Okay! Das hat sich erledigt für die 2! Ah! 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 Wieder dieses Drecksch... Wenn diese Idioten nichts können! Außer irgendwo in ihrer Hütte zu schimmeln! Da platzt mir der Arsch! Frisst das, Junge! Du hast die geballte Wut... Von mir in den Schädel gepumpt gekriegt! Geh mal hoch! Zack! Danke! Schön! Granate rein! Oh! Ich hasse ihn! Und was macht meine Scheißgranate? Die war völlig im Arsch, Alter! Drecksgranate! So ein sinnloses Ding, Junge! Die explodiert! Das ist Weihnachten! Aber Sieg! Sehr schön! Gut! Danke euch fürs Zuschauen! Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht! Mir jedenfalls schon! Noch die Punkte! Und, und, und... Oh! Erster Stelle! Nice! 16 Kills! 20 Tote! Naja, okay! Wir sehen uns! Drinnen gehauen!